Hallo, schön euch wieder bei einem neuen Video von heimnetzwerkundwlanhilfe.com begrüßen zu können. Heute zeige ich euch mal einen schnellen Weg, wie ihr zusätzliche Einstellungen von Windows 10, sogenannte Features, euch über einen Systembefehl anzeigen lassen könnt und dann hier eine Auswahl trefft, was ihr gern noch so in eurem System installiert haben wollt. Dazu drückt ihr bitte mal die WinR-Taste, also Win-Taste plus R-Taste gleichzeitig. Damit öffnet sich das Ausführen-Dialog-Feld und hier gebt ihr mal folgenden Befehl ein. Optional und Features. Optional, Optional Features. Also Optional Featurez. Diese Eingabe bestätigt ihr einfach mit der Enter-Taste. Dann wartet ihr einen Moment, bis sich die neuen Windows Features geladen haben. So ein bisschen größer. So, okay. Jetzt hast du also hier ein Konfigurationsfenster, wo dir noch zusätzliche Einstellmöglichkeiten von Windows angeboten werden, die nicht standardmäßig aktiviert sind. Wenn du jetzt hier entsprechend eins nutzen möchtest, dann klickst du einfach nur das entsprechende Kästchen an und übernimmst die Einstellung mit Link auf OK. Manche Einstellungen benötigen ein System-Neustart, also musst du dann das System erstmal herunterfahren und neu starten. Manche benötigen das nicht. Diese sind dann sofort aktiv oder nach einer neuen Anmeldung. Die meisten Einstellungen davon werden für uns als normale Windows-Anwender kaum von Interesse sein. Aber wer sich tiefer mit seinem System beschäftigen muss und vielleicht als Administrator tätig ist, für den ist dies eine ziemlich gute Anlaufstelle, um schnell ein paar wichtige Funktionen des Windows 10 Betriebssystems nachzuinstallieren und bereit zu halten. Also schau dir das einfach mal ein bisschen durch. Vielleicht findest du ja auch hier etwas, was für dich interessant ist. Dann aktivierst du dies einfach, bestätigst das Ganze und startest eventuell den Computer neu. Das war's dann auch schon wieder. Danke für dein Interesse. Bis zu einem neuen Video. Thomas von Heimnetzwerk und wlanhilfe.com . Thomas von Heimnetzwerk und wlanhalb